Wie groß sollte ich ein Terrarium für drei Achatschnecken haben? Schneckis, ihr wisst, ich liebe euch. Aber, und ich sag es immer wieder, und ich glaube, ich werde es noch 20 Jahre lang sagen, es gibt 20.000 verschiedene Achatschneckenarten. Wenn ihr sagt Achatschnecke, habe ich keine Ahnung, was ihr meint. Ich habe keine Ahnung. Es kann alles sein. 20.000 verschiedene Arten. Jede braucht was anderes. Ihr müsst mir genau sagen, welche Art, ansonsten kann ich euch nicht helfen. Seht ihr diese Boxen? In jeder Box ist eine andere Achatschneckenart. In jeder einzelnen. Hier, Ahmed und Günther. Hier, Bert. Okay, Bert ist keine Achatschnecke. Hier sind meine lebend gebärenden Achatschnecken. Hier sind Babyfulikas, Baby Reticulatas. Da unten, Achatina, Achatina Baby. Baby.